Ja, hallo zusammen, allen erstmal einen schönen zweiten Advent. Heute mal wieder ganz was anderes und zwar geht es Werbung im Internet. Egal, sei es jetzt auf den sozialen Medien, YouTube oder sonst irgendwo, wird mir ja permanent zugemüllt mit Werbung. Und ich habe mal zwei Sachen rausgesucht, die eventuell interessant sein könnten, wo es mich interessiert, ob ihr zum Beispiel auch schon Erfahrungen damit gemacht habt. Erstmal blende ich den anderen Kram aus, erstmal weg und weg. Und zwar geht es darum. Und zwar soll das ein elektromagnetischer Frostschutz- und Schneeräumgerät sein, wo man ins Auto macht. Angeblich, wenn dann die Scheiben zugefroren sind, soll das alles dann das Auto befreien. Es soll sogar jetzt 80% drauf geben. Naja gut, wer es glaubt, wird selig. Und so soll die ganze Scheiße-Schose funktionieren. Man legt es ins Auto, macht das Ding an und irgendwann ist der ganze Schnee weg. So die Werbung. Hat das von euch schon mal irgendjemand benutzt, gekauft und seine Erfahrung damit gemacht? Ey, dann wäre es mal ganz interessant, wenn ihr das mal in die Kommentare reinschreiben würdet. Oder was ihr davon haltet. Wenn man das so sieht, schlecht sieht es ja nicht aus. Also, der Anbieter bietet das jetzt an für 2 Stück, für 18.500 Forent. Das wären dann umgerechnet beim jetzigen Kurs 48 Euro. So, und weil es so schön ist, das zweite Teil. Eine Heizung für die Steckdose. Wo du angeblich einen Raum ziemlich schnell mit warm kriegen sollst. Wo du Strom sparen kannst. Und einfach nur in die Steckdose rein und fertig. Halbieren Sie Ihre Heizkosten mit der schnellen, energieeffizienten Technologie von Equivarm. Hat das von euch schon mal jemand gekauft? Oder benutzt es sogar? Und hat Erfahrung mitgemacht? Dann seid so netten, schreibt es doch mal auch unten mit in die Kommentare rein. Wenn das hier alles so ist, wie das immer versprochen wird, ist das ja eine schöne Sache. So, was schreiben wir so schön? Die durchschnittliche Heizrechnung reicht aus, um jeden ins Armenhaus zu bringen. Ja, bei den jetzigen Stromkosten im Moment. Aber Equivarm bietet alle Funktionen, die Sie brauchen, um warm zu bleiben, ohne Ihren Geldbeutel zu strapazieren. Ja gut, erst muss man es kaufen. Es ist die beste Steckdosenheizung, um die kalten Wintertage zu vertreiben. Ja gut, also wer es in Benutzung hat, der kann das bitte auch mal reinschreiben, würde mich mal interessieren. Und zwar, ah, guck mal mal, was es kostet. Es soll, das Einzelstück 18.700, sind wir auch so bei 48 Euro. Und ihr seht ja, man kann es zu zwei Stück, drei Stück, vier Stück bestellen. Das Witzige ist nur, natürlich habe ich mir das vorhin auch schon mal angeguckt, ihr seht, jemand hat in Ungarn gerade gekauft, drei Stück. Hier oben seht ihr, nur 11 Equivarm pro noch vorrätig. Wenn wir das jetzt noch eine Viertelstunde so stehen lassen, kommt unten immer die Meldung, ist gekauft worden, ist gekauft worden. Aber oben der Zähler bleibt stehen. Also irgendwas ist doch da seltsam. Okay, das soll es gewesen sein. Würde mich mal freuen, wenn da jemand irgendwas zu schreiben kann. Weiterhin einen schönen zweiten Advent und einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.